Hallo, heute geht es um den Begadi Sling. Was er kann, was ihr beachten müsst, wie man ihn einstellt und was er für Funktionen bietet. Wir fangen jetzt erstmal mit einem kleinen Überblick an, Lieferumfang etc. Danach gehen wir nochmal kurz ins Detail. Dann zeige ich euch wie der Sling verstellt wird bzw. wie er vorbereitet wird. Anschließend zeige ich euch wie der Sling kommt, wenn er bei euch ankommt, wenn ihr ihn bestellt habt. Und wie ihr ihn dann direkt auf euch einstellen könnt. Danach zeige ich euch die ganzen Features. Da machen wir dann noch einen kurzen Break, weil nicht nur im Räuberzivil sondern dann eben schon auch mit Plattenträger. Also, fangen wir an. Hier seht ihr die neuen Slings im Überblick. Hinten an der Demowaffe montiert ist der Olive Sling. Und vorne neben dem Magazin, was es damit auf sich hat, das seht ihr dann später bei der Anwendung des Slings, ist der schwarze Sling, der karkifarbene, der multiterra-farbene, der Sling in Fleckton und der Sling in Pencott Greenzone. Die Slings bestehen aus drei Elementen und die zeige ich euch kurz im Detail. Hier vorne seht ihr als Beispiel den Sling in Pencott Greenzone. Die Slings sind vom Aufbau komplett identisch. Das heißt, es ändert sich nur die Farbe. Deswegen werden wir jetzt mit dem Sling in Greenzone und dem in Olivgrün weitermachen. Ihr seht den Hauptteil des Slings. Das ist der gepolsterte Bereich mit dem fest vernähten Gurtband und den Verstellschlaufen. Und davor seht ihr die zwei Waffenadapter. Die Waffenadapter passen an jede Waffe und die stellen wir euch jetzt gleich auch noch im Detail vor, wie die funktionieren. Hier haben wir einmal einen der Adapter. Es sind bei jedem Sling immer zwei dabei. Und hier haben wir verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Hier oben zum Beispiel ist der Sling bei der normalen Gurtbandaufnahme vom Schienensystem angebracht. Und hier hinten einfach um den Stock gelegt. Die gleiche Technik funktioniert natürlich auch, wenn ihr einen ganz normalen Sling-Mount habt. Und was wir eben auch noch machen können, ist hier zum Beispiel hinten einfach im Stock befestigen. Was kann der Sling? Was macht der Sling? Und wofür ist er gut? Der Dadi-Sling ist ein klassischer 2-Punkt-Sling. Das heißt, er wird in zwei Punkten eingehängt und das war es erstmal. Das klingt jetzt ein bisschen simpel, aber es hat sich einfach in der Praxis herausgestellt, damit kann man das meiste machen. Was ist am Sling an sich besonders? Er hat ein schnelles Verstellsystem. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Platz brauche, kann ich das hier mit einem Handgriff machen. Und dann habe ich, wie man hier sieht, extrem viel Platz im Sling. Jetzt ist es aber so, das brauche ich ja nicht immer. Mit dem gleichen Handgriff verkürze ich den Sling um die Hälfte. Wie das im Detail geht, zeige ich euch im Detail. Sprich, da gehen wir mal nochmal in der Folge näher ran. Man kann den Sling dann nochmals verkürzen. Und zwar direkt über den Gurt. Und dann sitzt er sehr nah am Körper. Das heißt, man hat die Hände frei. Und das ist zum Beispiel ein Feature. Entschuldigung. Was durchaus interessant ist, wenn man auf Larps oder Missionsspielen ist, wo dann eben zum Beispiel auch Nicht-Kompatenten dabei sind. Oder Leute, die, naja, wie sagt man, so ein bisschen schädig sind, wo man nicht genau weiß, wo man ist. Dann hat man seine Waffe ganz gern vor sich. Man hat die Hände frei, man kann agieren, aber das Ding ist eben da. Und auch gleich wieder lösbar und einsatzbereit zu machen. Warum finde ich das besonders gut bzw. warum haben wir darauf geachtet. Jetzt zeige ich, wenn ich jetzt mal kurz umgreife. Und das ist jetzt nämlich der einzige Moment, wo wir heute ein Magazin brauchen. Gleiches Szenario. Ich bin auf irgendein Missionsspiel. Und habe die Waffe hinter mir. So verkürzt ist es zwar bequem, aber als kann jemand hinter mir hergehen, klaut mir das Magazin. Vielleicht bin ich gerade im Gespräch, vielleicht unterhalte ich mich gerade mit irgendjemanden von der anderen Fraktion etc. Auf jeden Fall, das Magazin ist weg. Und dann passiert was. Irgendwo knallt es. Also, ich führ die Waffe vor. Und so weiter. Und schildfest, ich habe kein Magazin mehr. Das ist natürlich doof. Und deswegen eben, wie gesagt, wenn man die Waffe stark verkürzt, kann man sie problemlos vor sich führen. Und man sieht sofort, wenn sich jemand dran zu schaffen machen möchte. Das ist aber persönliche Präferenz. Wie man das möchte, ob man die Waffe jetzt mit dem Gurt über der dominanten Schulter, sprich den Gurt an der Schulter trägt, mit der man auch anschlägt. Oder ob man es auf der Zweitschulter oder Offhandschulter trägt, wo man die Waffe eben nicht anschlägt. Das ist, wie eben selbst überlassen, das ist auch ein bisschen ein Glaubenskrieg. Das muss jeder von euch so entscheiden, wie es für ihn am besten ist. Jetzt kommen wir zum Sling an sich. Das Sling besteht aus dem Hauptkorpus. Der ist aus Nylon. Nicht Polyester. Der ist mit einer evazole Polsterung gesehen. Das heißt, die ist komplett formstabil. Die nimmt auch kein Wasser auf. Das heißt, das Ganze trocknet schnell. Und ansonsten ist 1 Zoll Gurtband verbaut. Die Verschnellstalle, Verschnellschale, Schnalle. Heute haben wir es wieder. Die ist aus Metall. Die restlichen Schließen sind alle aus sehr robustem ABS-Konstell. Und der Sling ist von der Länge eben voll einstellbar. Zeige ich euch jetzt dann gleich auch noch im Detail. Ihr könnt das Teil mit nahezu jeder Waffe benutzen, die eine Slingaufnahme oder eine Gurtaufnahme hat. Oder die mindestens einen, aber idealerweise zwei Bereiche hat, wo eben diese Schlaufe herumpasst. Ihr könnt das Ding sogar an einer napoleonischen Muskete, an einem Speer, an eurem Lieblingsbesen, wie auch immer, Ihr könnt das Teil wirklich überall montieren und abnehmen und wieder montieren. Das sind Sachen, das geht innerhalb von Sekunden. Das seht ihr jetzt hier bei mir. Die Waffe ruht jetzt einfach hier. Der Olive-Sling, das ist der, mit dem ich jetzt schon die ganze Zeit gearbeitet habe. Das ist auch der, den ich zuletzt bei den letzten Tests benutzt habe. Das heißt, der ist komplett auf mich eingestellt. Jetzt ist es eben so, ich bin von der Körpergröße eher kurz gebaut. Dafür bin ich breiter. Das heißt, ich habe eine andere Anforderung, wie zum Beispiel einen Spieler, der 1,90 Meter groß ist und vielleicht nur 85 Kilo weht. Dementsprechend muss das Sling auch angepasst werden. Es ist also durchaus möglich, dass ihr den Sling bekommt. Das erste Mal einfach nur montiert und dann wieder feststellt, naja, ist mir zu kurz, ist mir zu lang. Sitzt nicht an der richtigen Stelle. Das ist jetzt nicht Fehler des Slings, das ist auch nicht euer Fehler. Es ist aber einfach nur so, dass er eingestellt werden muss. Und als Beispiel zeige ich das jetzt mal. Ich demontiere mal meinen Oliven-Sling. Kurz Off-Kamera. Und montiere einfach mal den Pen-Sling. In der Konfiguration direkt, wie er kommt. Wenn man ihn bestellt. Jetzt sehen wir schon. Die Waffe hängt bei mir deutlich tiefer. Ist immer noch nutzbar, aber bequem ergonomisch ist etwas anderes. Und deswegen muss man den Sling eben auf eure Länge einstellen. Selbst wenn ich den jetzt auf Maximum verkürzt. Beziehungsweise jetzt, wo ich ihn auf Maximum verkürzt habe. Jetzt sitzt er so, wie er vorhin im Idealfall war. Was aber nicht sein soll, weil jetzt habe ich keinen Spielraum mehr, ihn enger zu machen, wenn ich mich bewegen will. Das verstellen. Ja. Geh auf. Jetzt zeige ich euch jetzt mal am Beispiel das Oliven. Wie ich das bei mir gemacht habe. Jetzt ist das M4 wieder da. Und das ist jetzt zum Beispiel meine Konfiguration. Wie gesagt, für meine Körpergröße musste ich das Ganze etwas verkürzen. Und da bin ich so vorgegangen. Ich habe den Bereich hier vorne auf eine Handbreite quasi zwischen Fastex und Ende des Polsters eingekürzt. Ich habe auch hier eine gute Handbreite zwischen der Metallverstellschnalle und dem Polster angesetzt. Zusätzlich habe ich den Sling verkürzt. Das heißt, dieser Gurt hier, der wurde ausgeschlauft, wurde ungefähr 20 cm verkürzt, die Enden verschweißt und wieder eingefädelt. Das habe ich gemacht, nachdem ich den Sling ausprobiert habe. Sprich, ich habe ihn mir so eingestellt, wie ich ihn gebraucht habe. Und erst dann habe ich ihn eingekürzt. Das ist wichtig. Denn, wenn ihr feststellt, dass ihr mit dem Sling nicht mehr zufrieden seid und ihn nur eingestellt habt, dann könnt ihr uns den Sling natürlich im Rahmen der Wiederholungsfrist zurücksenden. Wenn ihr allerdings angefangen habt, am Sling Teile abzunehmen, abzuschneiden, etc., geht das natürlich nicht mehr. Aber prinzipiell ist es möglich. Wie gesagt, in meiner Konstellation war das für mich der ideale Weg. Wie ihr euren Sling anpasst, das ist ganz euch überlassen. Den vorderen Bereich, also den vorderen Mount, den hatte ich auch überlegt zu verkürzen, habe ihn aber lang gelassen. Das hat sich bewährt. Was ich aber zum Beispiel verkürzt habe, sieht man hier, das war die hintere Montage an der M4. Das habe ich einfach mit einem normalen, auch wieder lösbaren Knoten gemacht. Und das hat sich vor allem im Ruhemodus, sprich, wenn die Waffe entweder vor der Brust oder am Rücken getragen wird, hat sich das so bewährt. Aber, muss ich nochmal darauf hinweisen, ich weiß, ich klinge da ein bisschen wie der Leiermann, aber das ist die Einstellung auf meine Körpergröße. Probiert das aus. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Nutzer unter euch gibt, die sagen, nein, ich lasse es hinten länger, ich mache es vorne kürzer oder ich fasse es gar nicht an. Oder eben, wie wir es auch im Detail gezeigt haben, dass man ganz einfach die Schnellverschlüsse entfernt und wirklich nur durch die Gurtbahn schlaufen geht. Ist alles möglich. Wie gesagt, der Sling ist sehr flexibel. Aber, das sind die Einstelloptionen, die ihr habt und die ihr auch durchgehen solltet, wenn der Sling bei euch ankommt. Das heißt, prüft, was für euch eine gute Länge ist. Für die Beurteilung macht ihr es so. Angenommen, der Sling kommt voll ausgezogen. Ihr zieht den Sling auf halbe Länge runter. Danach legt den Sling an und schaut, ob ihr in Anschlag gehen könnt. Wenn es euch zu, ich sage jetzt mal, lose ist, dann müsst ihr entweder hier hinten oder eben dieses Gurtband hier an den zwei Schnallen lösen und verkürzen. Oder ihr habt die Möglichkeit, einfach die Schlaufen vorne und hinten zu kürzen. Da müsst ihr ein bisschen rum probieren. Das heißt, im Idealfall tut euch selbst den Gefallen. Wenn das Sling ankommt, packt den nicht in eure Hobbykiste oder in euren Rucksack oder in euren Waffenkoffer. Und fangt mit dem Verstellen an, wenn ihr das erste Mal auf dem Spielfeld seid. Macht das zu Hause, macht das in aller Ruhe. Probiert es durch. Und wenn ihr die Einstellung gefunden habt, die euch passt, dann bleibt er bei der. Hier sehen wir den Fastex, wo die Adapter angebracht werden. Das funktioniert auf beiden Seiten gleich. Und die Adapter passen auch an beide Seiten. Es ist auch egal, wie rum man sie anbringt. Was jetzt besonders ist am Sling, sowohl hier als auch am langen Ende, sprich das hier ist das Ende, das Richtung Mündung kommt, sind die Gurte nicht vernäht. Sie sind hier am Polster jeweils vernäht, aber eben nicht hier vorne. Warum ist das so? Es ist prinzipiell so, dass etwas Einkürzen immer schneller geht, als etwas abgeschnittenes wieder ankleben. Deswegen ist das hier über zwei Schneiden gesichert, plus an beiden Seiten nochmal ebenfalls hier an der Schnalle. Ihr habt also die Möglichkeit, das Ganze auszuschlaufen, die Länge einzustellen. Das heißt, schon mal eine Voreinstellung der Länge des Gurtes vorzunehmen, noch bevor ihr überhaupt die Schnelleinstellung benutzt. Ihr könnt das Ganze absolut verkürzen. Ihr könnt danach auch hergehen und das Ganze abtapen. Ihr könnt es verlängern. Das ist einfach eurer Nutzung eben überlassen. Und es hat noch einen zweiten Mehrwert. Das kann ich euch hier mal zeigen. Ihr könnt nämlich ganz einfach auch das Ganze komplett ausschlaufen. dann könnt ihr hier hergehen. Ich mache jetzt mal die Demo-Wufe mit her. Das ist eine ganz normale Stock-Begadesport Mod 18. Aus der Nova-Serie. Und die hat ja eine Sling-Aufnahme. Wenn ihr jetzt hergeht und sagt, naja, ich habe eh nur diese eine Waffe. Und ich bringe das gerne fix an, dann geht das hier eben auch. Das bietet sich halt auch an bei Waffen, die einen stegartigen Montagepunkt fürs Links haben. Ganz besonders natürlich bei Schauschützengewehren. Und dann habt ihr hier ebenfalls eine sichere Verbindung. Wenn ihr dann sagt, ich möchte das Ganze wieder modular haben. Dann schlauft ihr das Ganze wieder aus. Ihr könnt es ja auch quasi doppeln oder beziehungsweise halbieren. Ihr könnt vorne den Schnellverschluss mit verwenden. Machen wir den mal wieder drauf. Und zum Beispiel hinten fix einschlaufen. Dann habt ihr immer noch die Möglichkeit zum Beispiel eine Schnellseite zu wechseln. Oder aus anderen Gründen den kurz schnell zu trennen. Ich habe es hinten aber fest eingeschlauft. Wie gesagt, das ist euch überlassen. Und da habt ihr wirklich extrem viele Möglichkeiten damit. Gleiches gilt für diese Verbindungsstücke für die Mounts. Ihr könnt ihr auch über eine normale Schlaufe also wirklich ganz klassische Schlaufe einkürzen. Ihr könnt das wieder rückgängig machen. Ihr könnt auch sagen, gut, Paracord ist mir zu doof. Ich schneide das weg. Ich mache mir hier einen Karabinerhaken dran. Geht auch. Der Vorteil hier ist halt, es klappert nicht. Wenn man hier einen Metall-Mount hat und da mit einer Metall-Schnalle rangeht, das klappert bei jeder Bewegung. Hier eben nicht. Das ist auch so ausgelegt, dass keiner der Verschlüsse auf den anderen schlägt. Das wäre jetzt mal die Besonderheit des Links. Und als nächstes gehen wir mal über zum Verstellsystem. Das zeige ich euch jetzt quasi einmal trocken und dann direkt an der Waffe inklusive wie ihr es einstellen könnt. Und das hier ist der hauptteil des verstellsystems ist auf der mündungsseite des links das heißt vorne an dem bereich wo die mündung eben montiert wird prinzipiell ist es so wenn ihr den sling enger stellen wollt dann zieht ihr einfach hier das band herunter das halbiert diesen bereich hier einmal in der regel ist das die verstellung die ihr macht wenn ihr zum beispiel die waffe näher an euch ran holen wollt wenn ihr die waffe verstauen wollt oder umgekehrt natürlich wenn man es wieder länger macht wenn ihr die waffe zum gebrauch nehmen wollt wenn ihr die waffe dann quasi wieder zum gebrauch wollt oder den sling länger machen wollt wird das hier hoch gezogen ohne ein gewicht was jetzt dran ist oder ohne eine montierte waffe ist das jetzt nicht unbedingt leicht zu zeigen aber ich denke man sieht worauf wir hier hinaus möchten auch dieser gut ist hier gesichert ihr könnt dann zum beispiel auch her gehen ist auch eine sache der verstellung hier geht her und macht den prinzipiell kürzer so wenn ihr das da jetzt zieht jetzt nach unten zieht dann zieht ihr den ganzen waffengurt auch kürzer ein ihr könnt auch her gehen und sagen naja das ganze ist mir jetzt ehrlich zu ruf ich lasse den offen in dem fall ist es so dass dieser automatische stop bei halbierung des kürtes wegfällt und ihr mit einem zug auf minimale länge gehen könnt das hat auch seine vorteile hat aber auch den nachteil dass der benzel hier dann quasi free float ist immer anzuraten eigentlich sagen wir so das ist meine preferenz wie ihr es macht ist er euch dann selbst überlassen den geschlossen zu lassen und wenn ihr dann sagt ok jetzt hätte ich den sling aber doch gern enger zum beispiel weil ich die waffe jetzt verstaue dann könnt ihr hier immer noch auf maximum verkürzen jetzt muss was mit dem um je nachdem wie man sehen wird man jetzt pessimist oder optimist ist entweder ist es das maximum oder minimum und wenn ihr jetzt wieder ganz normal an diesem griff hier zieht dann wird wieder die länge des frontbereichs halbiert das ist das einstellsystem in der theorie und das zeige ich euch jetzt mal und dazu habe ich mal wieder auf den mich eingestellten sling gewechselt jetzt die trageweise über der dominanten schulter beziehungsweise über der schulter die für den anschlag genutzt wird dann also die waffe jederzeit nach vorne bringen beziehungsweise nach oben und ich kann sie neben mir gelassen momentan man sieht es ist ein bisschen flexibel das link ist jetzt quasi auf halber länge jetzt verkürze ich komplett und jetzt ist egal jetzt kann ich mich bewegen ich kann mit ausrüstung arbeiten ich kann nicht mal ich kann in meinen rucksack gehen alles kein problem ich habe die waffe hier bei mir und wenn ich sie wieder in anschlag bringen kann ich mit einer handbewegung wieder verlängern und bin wieder frei die waffe zu nutzen alternativ kann ich sie auch voll verlängern dann habe ich auch die möglichkeit die waffe auf linken hand zu wechseln allerdings muss ich dazu sagen das ist etwas was ich persönlich nicht machen das sieht man auch ich habe damit keine übung weil ich zu den leuten gehöre und ich weiß das gibt schon fast einen glaubenskrieg ich wechsle tatsächlich die position ich wechsle nicht die schulter da können jetzt hunderte tausende von euch sagen absoluter blödsinn habt ihr wahrscheinlich sogar recht ich weiß es nicht aber es ist halt einfach so wie man so schön sagt der alter hund lernt keine neuen tricks und deswegen ich habe die waffe nahezu immer auf der rechten seite wenn ihr natürlich damit zurecht kommt nutzt das feature dafür ist es da wir haben den slinger extra so gemacht dass er für jeden passt eine weitere trageart wer auch noch kurz eben jetzt so dass der sling über die nicht dominante schulter sprich über die aufhand schulter oder magazin schulter also magazin hand schulter geht man kann ins link immer noch nah am körper führen man kann natürlich auch die waffe lächer vor sich lassen und wie auch schon bei der anderen variante wenn ich voll verkürze habe ich die waffe entweder so nah am körper oder aber ich kann die waffe nach hinten führen habe die hände frei und bin komplett uneingeschränkt kann die waffe wieder vorbringen und auch hier wieder mit einem handgriff deswegen verlängert und ich kann mit der waffe wieder in den anschlag das sind die möglichkeiten des links wenn man ihn als klassischen zweipunkt sling nutzt was ich euch jetzt noch zeigen möchte dafür muss ich aber kurz umbauen das ist die nutzung als one point sling denn das geht damit auch ich habe den sling jetzt zu einem one point umgebaut das ist umgebaut ich habe ihn relativ stumpf hinten an der stocktube befestigt und zwar beide aufnahmepunkte funktioniert ebenso wer das bevorzugt sind zwei handgriffe und natürlich steht auch hier wieder frei das system weiter oder enger zu stellen wobei das hier wenn man es auf halber länge hat also auf halber länge konfiguriert hat dann ist es eigentlich nicht nötig man sieht es ist es schon fast ja fast wie maßgeschneidert wenn ich die hand zum körper nehmen bin ich automatisch an der waffe das ist vor allem dann praktisch eben wenn man schnell anlegen schnell ablegen muss oder wenn man einfach an einen one point sling gewöhnt ist und natürlich das bietet sich eben an bei kürzeren waffen sehr kurze m4s kurze ak 74 und natürlich ganz klassisch mp5 mp7 diese waffen bei mir ist es ja eben die m4 auch da bin ich ziemlich unflexibel ich habe halt m4s aber wie wir schon mehrmals erläutert haben und wir jetzt wahrscheinlich schon mit singen könnt der sling passt eben an jede waffe und jede waffe die auf dieser höhe irgendeine form der aufnahme hat die kann eben dann auch so konfiguriert werden mit dem sling dass man es als one point sling nutzt ja das war es eigentlich auch schon mit dem sling ihr wisst jetzt wie ihr ihn einstellt ihr wisst wie ihr ihn auf euch anpasst ihr habt die features gesehen was fehlt jetzt noch eigentlich tatsächlich nur ich sage jetzt mal die schnürten details der sling ist wie gesagt aus 100 prozent nylon bzw polyamid nylon ist ja eigentlich eher der markenbegriff dafür wir haben sehr robuste steckverschlüsse verwendet wir haben metallverschlüsse aus dem rucksackbereich verwendet und das gurtband ist das gleiche gurtband was bei unserem mole system das heißt bei den plattenträgern zum einsatz kommt also an dem sling werdet ihr lange freude haben wir wünschen euch viel spaß damit wir freuen uns natürlich immer über feedback über kritik über anregungen von euch und bleibt meintlich nur noch zu sagen wir sehen uns hoffentlich mal auf dem spielfeld ich wünsche euch was macht's gut bis zum nächsten mal